RANKED Galio Torplay Da freu ich mich drauf Aufgrund meines Picks hat sich auch das ganze Team dazu entschieden Full AD zu gehen Ah, die Gegner, die sind halt auch nicht dumm Kommt der erste Gank Zack, erster Trade Gewonnen Ah, du musst die Leute auch mal Bisschen ins Gesicht punchen Das ist halt ganz normale Pädagogik Nennen sie die Punch-Pädagogik Und dann gucken wir hier nochmal Uts, schon wieder hab ich den getroffen Der weiß gar nicht mehr, wo oben unten links rechts ist Mal gucken, was der Lissin hier oben aushält Lissin Toplane Seltener Gast Da der Lasted'n geht Da ist ein schönes Q drauf Gesehen Du bist nicht betroffen Oha Dann müssen wir ihn einfach punchen Den Jungen Da ist er down Da ist er down Da ist er down Meine Freunde Die haben einfach nur gewartet Jetzt pushen wir die Wave rein Wie ein Irrer Dann geht das los Jetzt kommt nämlich der wahre Spaß Meine Freunde Jetzt beginnt der wahre Spaß Das Ding skaliert nämlich mit AP Das heißt, ich krieg verdammt viel Leben wieder So, du bist jetzt mal tot oder was War das close Der Tritt war natürlich super hart Aber mein Schaden, der ist natürlich super toxisch Der Schaden ist einfach nur deadly Läuft Im Vorderen hat's nicht gereicht Seit des Killing Spree-Duell Keine andere Möglichkeit Aha Tele-Gank P Gut Ah So lassen sich was ein Wirklich schöne Die liegen Eigentlich gerade Gut Deathcap Ist noch der da? Ja, untersucht einfach mal die Base Das war ein guter Dodge Aber was tut das Lol, das ist auch ein Serien Der sich mal ein Assistent kriegt So, Rabadons Meine Freunde Kleine Schritte Macht das Wiesel Dann macht's PING Das ist halt das Schwierige Dass man wirklich Oh lol Ist was gleichzeitig gestorben Ich habe schon eine große Beteiligung In der ganzen Geschichte Das merke ich schon Ganz große Geschichte ist das für mich Was die hinteren oder sollen noch nicht sterben Das ärgert mich Das sind nämlich auch die, die ich dann verpasse Die sind jetzt auch tot Die machen das ja hier alleine Die machen das ja hier ganz alleine Ah, ich komme noch Ich komme noch mal Ja, mein Team macht das einwandfrei, meine Freunde Toplane ist wieder mal Toplane Teleport Uts Na, was sagst du denn dazu? Was sagst du denn zu dem Schaden, Katelyn? Also, es war okay War jetzt aber nicht Ich hatte nicht den gewünschten Effekt gebracht Den ich mir aufteile Er kommt nicht Bisschen 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 meine ich natürlich Sterbse Schöner Kick Den habe ich einfach nur umgerubbt Umgewindet Oh shit Oh, den töd ich noch. Kaboom! Trap, man. Tschüss! Boom! Ah, ja. Ja, schade. Ja, schade. Schade, war ein close game. Close game. Close game. Ja, da muss man klären nochmal.